wir sind jetzt bei 58 von 60 das bedeutet wahrscheinlich noch ja zwei games oder oder ein game je nachdem wie gut wir da sind und wir haben einfach mal den neuen skin ach so wie schon mal leichter ihr wisst bescheid kostenlos aber natürlich auch und ich würde sagen wir starten rein moin duk moin lef ja ich glaube duk hat jetzt schon tatsächlich schon zwei wenn es mehr als ich leute wahrscheinlich wieder deswegen kurz flexen ja aber sehr nice druck sehr nice das werde ich hoffentlich auch noch schaffen wir werden sehen leute ich bin gespannt let's go ok ich will einfach nicht sondern kick wenn ich schon mal gegen den spiel weiß ich nicht ich sperre sondern kick ist gut leute wirklich und ich werde fangen nehmen ich werde ich werde ich bin gespannt dann musst du aber dann den denn die taske jetzt raushauen ok 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 leute wir wissen übrigens vielleicht noch gar nicht dass der nirn dennita mein lieblings das kind ist schon übel heftig und deswegen gehe ich natürlich jetzt alles vielleicht lieber ms ms oder aber ja wenn du dann was wir mit bier oder so oder genie soll ich nicht fang nehmen auch eigentlich keine mit fang ja machen die leute wir nehmen fang kaut dann halt die ja vor allem das bei kaktus ding und ich kann halt gut merken wenn ich so dran bin ja schon ok leute ich bin mal gespannt die boxerin ja sollte machbar sein hoffentlich let's go let's go wie viel schreibt frank t wir haben jetzt 58 von 60 let's go jetzt nicht gegen rosa ja es wird einfach keine schuss animation eine schussgeräusche recht ja ohr 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 mein gott ok lass uns in der investe wechseln mein gott durch schau ich nicht zu sehr blecken lassen von dir an denn ja das hat krass Oh man, hat alles mal getroffen, die Ulti, perfekt Okay, hopp, Mag Hoppla Geh nicht rein Ist er schon Ja, das ist Let's go Okay, das war auf Krampf, Leute, nochmal geschossen Nein Und angenommen 1,190 TXC, viel Glück für Last Game und Lev Herz Danke dir auf jeden Fall Das schnell Herz zum Z schreiben Das Herz kommt gleich Oh mein Gott, okay Ja 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 Ich muss ein bisschen regenerieren und dann kann ich boosten Überräht mal mehr, Toxic, du bist so stumm Oh Oh, let's go Da ist das Ding, Leute Aber es ist noch ein weiteres Okay, let's go Der allerletzte Win, Leute Wir haben jetzt 59 von 60 Kannst du eigentlich gegen den rosa Nahkampf gehen? Nicht so gut Warum? Ja, ich muss die so oft hitten, dass sie glaube ich Das Schild bekommt Ich weiß noch nicht Nein, du kriegst, dass sie Ja, Riff Ich sag die ganze Zeit Die hat 7800 eigentlich Spielschaut durch den Ich brauch vier Schüsse Oh, du hast doch Wer ist Das ist halt genau das Was ich befürchtet hatte Ja, passt schon Okay, okay Oh, nice Dann können wir Ja Ja Lol Lost, schreib ich Ey, Becher, mach kein Auge Okay Mach kein Auge Ist da noch Spike Ja Ja Ich mach noch einen Schuss Dann hab ich Ult Ah, das ist so low, Digga Oh, stark Kriegt Krimi die No, was? Ja, der Rippa ist verschwendet Ja Was geht raus? Schaffst du, oder? Doch Let's go GG, Leute Oh mein Gott, Alter Dann würde ich sagen Wir haben die 60 Runden Für den Der Nita Skin geschafft Oh mein Gott Let's go Alle mal GG in den Chat Und da kommt die Powerliga Belohnung Let's go, Digga Angebot zeigen Und da haben wir ihn 25.000 Star Punkte Richtig, richtig geil Kaufen Kauf bestätigen Oh mein Gott Let's go Sehr, sehr, sehr nice, Leute Feier ich auf jeden Fall Ganz, ganz nice Auf jeden Fall Und Dann würde ich sagen Wir wählen den auch nochmal aus Hier Let's go Ich würde sagen Auf jeden Fall Mein Lieblings Den Nita Skin Weil er echt Ultra krass ist Nice, Digga Richtig geil Drei Nian Danytas In der Lobby, Leute Auch nochmal Einen schönen Screenshot Hier Ja, ob das Profil wird Haben wir natürlich auch Das nice Warte mal Das war glaube ich Das hier das nice Genau Auf jeden Fall Lasst ein like da Leute Wir sehen uns Und damit Ciao 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 Ciao